Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Die Güstrower Montagsmaler präsentieren ihre Werke, die unter künstlerischer Leitung von Horst Main entstanden sind, in der Textilreinigung Güstrow. Die Ausstellungseröffnung findet am Montag, dem 7. Mai um 16.30 Uhr in den Räumen in der Speicherstraße 11a statt. Verschiedenste Motive sowie Materialien wurden ausprobiert, aber lassen Sie sich überraschen. Der Maler und Bildhauer Andreas Hedrich möchte mit allen Zeichenfans Comics gestalten. Mit einer Idee sind dafür nur Papier und Stift notwendig und schon kann es losgehen. Wer sich für diesen Comic-Workshop interessiert, ist am Sonnabend, dem 5. Mai, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr im Kinderjugendkunsthaus willkommen. In Kooperation mit der AOK bietet das KMG-Klinikum Güstrow Kurse für Menschen an, die Angehörige zu Hause pflegen. Und zwar am Freitag und Samstag, dem 4. und 5. Mai. Professionelle, praktische Anleitungen, individuelle Schulungen und wichtige Anregungen gibt es dort. Dazu sollten Sie sich anmelden.